... ... ... 2010 hier ganz aktiv gewirkt hat. Und die haben für die Umgestaltung dieses Wohnareals mitgesorgt und so auch den Zentrumsplatz dieses Stadtteils hier auch. Ja, und wenn Sie die Einkaufsstraße gleich hineingehen, zeige ich Ihnen gleich nach den beigefarbenen Schirmen die Straße hinein. Dort finden Sie die Kartoffelpiste und auch das Café Lauterbach jetzt links, der Sprenberger Turm. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.